Ja, hallo, herzlich willkommen. Damaris ist heute bei mir zu Gast. Freue ich mich sehr. Du hast in deiner Jugend sehr viele sehr schlimme Dinge erlebt, nämlich satanisch-rituelle Gewalt. Und es gehört sehr viel Mut dazu, in die Öffentlichkeit zu treten, wenn man sowas erlebt hat. Also ganz großes Dankeschön, dass du heute den Mut fasst und heute hier bist. Die Kameras machen es nicht einfacher, die ignorieren wir einfach. Die sind für uns jetzt einfach mal gar nicht da. Ja, liebe Zuschauer, wer vielleicht nicht weiß, was jetzt mit satanisch-ritueller Gewalt gemeint ist, das ist eine systematisch durchgeführte sowohl psychisch als auch körperliche Gewalt. Die ist in ein Glaubenssystem eingebettet, vornehmlich in den Satanismus. Und wer dazu mehr wissen möchte, sich umfassender informieren möchte, den möchte ich an dieser Stelle auf klar.tv verweisen. Wir haben sehr viele Sendungen zu dem Thema, wo man ganz genau aufgeklärt wird, was das beinhaltet. Aber wir wollen heute nicht über den Inhalt dieser Grausamkeiten sprechen, sondern über einen ganz anderen Aspekt, nämlich darüber, wie kann man überhaupt Heilung erfahren? Wie funktioniert das mit diesen Traumata? Wie kann man da heraustreten aus dem Ganzen? Aber bevor wir dazu kommen, kannst du bitte mal den Zuschauern erklären, an welchen Folgen leidet man? Was bewirken diese Traumata psychisch und körperlich? Also ich leide unter vielen körperlichen Beschwerden. Ich habe zum Beispiel Muskelschmerzen oder Nervenschmerzen, auch Gelenkschmerzen. und es sind auch im Laufe der Jahre einfach viele Dinge entstanden, wie eine Lebensmittelallergie oder Elektrosensibilität. Genau, und oft schlafe ich auch nicht so gut, weil dann Erinnerungen hochkommen. Genau, und so manches gibt es dann noch mehr. Genau. Und wie ist das für dich ja beim Alltag? Ist es denn dann überhaupt möglich, einen Beruf auszuüben? Ich sage mal, ein normales Leben zu führen? Genau, ja. Also inzwischen, ja, genau. Es gab auch viele andere Zeiten. Ich hatte auch Zeiten, wo ich einfach sehr viel mit Depression oder Schwermut zu tun hatte, wo ich einfach gar keinen Sinn mehr auch in meinem Leben gesehen habe und das auch ziemlich schwer gemacht hat, dann überhaupt arbeiten zu gehen. Und teilweise war ich dann auch arbeitslos längere Zeit. Genau, aber eben dank, dass ich die OCG gefunden habe, habe ich jetzt eine schöne Arbeitsstelle und kann auch mein Leben selber gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Und was heißt das, dank der OCG? Wie hast du denn, also es heißt ja Organische Christusgeneration OCG, wie hast du diese Bewegung überhaupt kennengelernt? Genau, ich habe die Bewegung über Freunde kennengelernt. In der Zeit, wo es mir einfach sehr schlecht ging, körperlich und psychisch. Und die haben mir dann Predigten von Ivo gegeben und auch Lieder. Und ich habe die dann einfach gehört und ich habe einfach immer gemerkt, irgendwas ist da anders, wie was ich seither einfach erlebt, gekannt habe. Ich komme auch aus einem christlichen Hintergrund, sage ich mal. Ich habe jetzt christliches Leben oder Gott schon gekannt, sage ich mal so. Aber ich empfand es sehr besonders, weil es in mir einfach immer eine Kraft gab, die mich hochgehoben hat, die einfach was mit mir machte, sage ich mal so in meinem Inneren und wo ich einfach spürte, das ist authentisch, das ist einfach wahr, was sie irgendwie singen oder sagen. Und so bin ich dazugekommen und wollte ich das einfach auch mal selber kennenlernen. Und wie muss ich mir das vorstellen, also jetzt auch von dem, was du vorhin beschrieben hast, mit deinen Schmerzen, mit diesem wenigen Schlaf, musst du viel Schmerzmittel nehmen? Musst du Stimmungsaufheller nehmen, Psychopharmaka, um überhaupt deinen Alltag bewältigen zu können? Oder wie ist das bei dir? Nein, ich nehme da eigentlich jetzt gar nichts mehr. Früher habe ich da wirklich viel genommen, um irgendwie mit dem Ganzen zurechtzukommen. Und jetzt nehme ich einfach pflanzliche Sachen ein. Genau. Aber es gab einfach was anderes, was ich da entdeckt habe. Genau. Was mir von innen her einfach sehr hilft. Also das hört sich ja schon sehr gewaltig, sehr spannend an. Weil wenn ich mir das so vorstelle, also ich kenne auch natürlich andere Menschen, die diese rituelle Gewalt erlebt haben und erlebe doch auch immer wieder viel, müssen Psychotherapie in Anspruch nehmen, können eben nicht ohne Psychopharmaka ihren Alltag gestalten oder können leider auch nicht arbeiten gehen. Du hast jetzt das vorhin angedeutet, also du sagst, seit du die OCG kennst, ist das bei dir anders? Wie lange ist das denn her, dass du die OCG kennengelernt hast? Die habe ich vor 20 Jahren kennengelernt. Das ist schon ein bisschen, genau. Genau. Und davor habe ich einfach auch selber viele Psychotherapien gemacht, habe auch viel ausprobiert, habe viel nach Hilfe gesucht. Aber ich habe einfach gemerkt, ich komme aus dieser Opferhaltung irgendwie nicht raus. Also es war für mich immer irgendwie, ich habe dann auch viele weitere Missbrauchserlebnisse erlebt dann auf der Arbeit. Und ich habe aber immer gemerkt irgendwie, ich bleibe in mir selber feststecken. Ich komme nicht weiter darüber hinaus und war irgendwie immer auf der Suche, was kann ich machen, was kann ich psychisch machen, was kann ich aber auch körperlich machen. Da war ich auch seit meiner Jugend auf der Suche, was kann ich gegen diese Schmerzen unternehmen. Genau, so war ein bisschen da der ganze Zustand, wo ich sozusagen die OCG kennengelernt habe. Aber es hört sich spannend an. Du sagst, du kamst nicht aus deiner Opferhaltung raus, aber du bist ein Opfer ganz krasser Gewalt. Also wie meinst du das? Also ich merke einfach, mit diesem Opfer-Dasein merke ich einfach, es ist wie, man bleibt in sich selber feststecken. Man dreht sich dann auch um sich selber. Obwohl ich auch sehr viele hilfreiche Gespräche hatte und Gedanken waren. Aber jetzt, der Unterschied, was ich einfach in der OCG kennengelernt habe, ist für mich einfach, dass wir in der Praxis das miteinander geübt haben. Und das merke ich einfach, das hat mir irgendwie gefehlt. Man hört sehr viel. Aber jetzt in der OCG ist es, wir hören auch sehr viel. Hilfreich und gute Worte, für mich auch wie in der Therapie. Aber für mich der Unterschied, wir üben das in Projekten zusammen, ganz praktisch miteinander, was wir gehört haben, jetzt im Miteinander. Und das war für mich was, diese Praxis, miteinander kennenzulernen, zu üben, von sich selber wegzukommen. Das fand ich das Besondere. Also es macht jetzt neugierig. Was sind das für Projekte? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was macht ihr da zusammen? Also, wir haben ziemlich viele Projekte. Was ich sehr schön fand, ich durfte schon sehr vieles kennenlernen, sage ich mal. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Filmaufnahmen mitgespielt als Statist. Oder ich habe der Tontechnik helfen dürfen. Habe dann auch ein kleines eigenes Tonstudio gehabt. Im Chor mit aufbauen dürfen und mitsingen, wo ich meinem Hobby wieder nachkommen konnte, was ich mega, mega schön fand. Und vieles durfte ich aber auch entdecken, sage ich mal, viele Begabungen, Talente entdecken. Und das, was mich eigentlich da ein Stück weit rausgeführt hat, war, dass ich einfach, dass mir das zugetraut wurde. Und dass man einfach im Miteinander tun auch erlebt hat, hey, ich kann das gut. Die anderen freuen sich total drüber, sind dankbar dafür. Und ich habe einfach gemerkt, das hat in mir was angefangen zu wenden, dass ich auch wieder ein neues Lebensgefühl bekommen habe. Gemerkt habe, das Leben kann auch schön sein. Das fand ich total genial, irgendwie im Miteinander sich auch zu berühren, sich gegeneinander wertzuschätzen. Und das einfach zu erleben, sage ich mal, war einfach was anderes. Dass man auch immer wieder ermutigt wurde. Ich bekam auch viel Verantwortung, was mich wirklich herausgefordert hat. Ich war eigentlich wie so ein Mäuschen, der sich nichts zugetraut hat und immer alles sehr schnell negativ denkt. Und da hat für mich ein Prozess angefangen, wo ich gemerkt habe, dass ich anfange, was Neues in mir zu entdecken. Auch neue Gedanken entstanden sind. Vorher das mit dem Opfer da sein. Das war wie, man ist wie in einem Einbahn, an einem Tunnel drin und man weiß wie nicht, wie man da rauskommt. Und dort habe ich gemerkt, da gibt es irgendwie Licht am Ende des Tunnels und es gibt ein Leben. Es gibt was Neues einfach. Und ich merke, mit diesem Zutrauen und dem Mut und wieder Kraft zu bekommen, kann ich dann auch wieder andere Schritte in meinem Leben gehen. Also es hört sich wirklich gewaltig an. Du sprichst viel von Kraft, viel von Leben. Spürt man das irgendwie? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie kannst du das vielleicht ein bisschen plastisch machen? Genau. Also wir haben bei uns so einen tollen Spick, sag ich mal. Und mit der hat mir schon ganz, ganz viel geholfen einfach. Weil ich bin eher jetzt ein Mensch, der schnell in negative Gedanken kommt, sich da drin irgendwie in sich selber aufhängt, sag ich mal, oder in mir selber stecken bleibe, negativ über Lebenssituationen denke. Und das, was mich am Anfang eigentlich berührt hat, das war wirklich, also wo ich einfach spürte, es ist was in meinem Inneren, was eine Kraft bewirkt, was mich mit Gott verbindet, was ich kennenlernen durfte, was Gott in mir ist, sag ich mal. Und dass er mir am Herzen Signale gibt, wo ich spüre, das hebt mich hoch oder das drückt mich runter, das lähmt mich oder das löst mich frei, das verbindet mich mit dem Anderen oder spaltet mich irgendwie von meinem Mitmenschen ab. Also das hat mir wirklich ganz arg viel immer geholfen, in meinem Alltag, aber auch in unseren Projekten miteinander, das zu leben, zu entdecken miteinander, auch in meiner Arbeit. Ja, das war für mich ein Schlüssel da drin. Und wie muss ich das verstehen, auch so in euer Miteinander? Also finde ich total spannend, ja. Also man sieht es dir auch an, dir geht es gut, das finde ich wunderbar. Euer Miteinander, also das heißt, ich sage mal, als Opfer von ritueller Gewalt ist man ja eigentlich sehr isoliert. Man wird ja eigentlich sehr indoktriniert. Man ist eigentlich ja sehr in dem, was du sagst. Man ist, das Leben hat wie keinen Wert mehr. Du hast jetzt gesagt, du hast das, ich sage mal, das Gegenteil. So hört sich das für mich angefunden. Du hast auch vorhin gesprochen von Predigten von Ivo Sasek. Welche Rolle spielen da für dich diese Predigten oder Ivo Sasek selber? Was hat das damit zu tun? Also ich merke einfach diese Predigten. Es war einfach immer wieder, das hat mich in meinem Inneren einfach so berührt, diese Kraft, von der ich vorgesprochen habe, wo ich auch gemerkt habe, dass ich total eine neue Beziehung zu Gott bekommen habe, eine Beziehung zu Jesus, wo ich das auch ihn als Vater erlebt habe. Aber auch, muss ich sagen, weil ich zum Beispiel jetzt Ivo Sasek, wir hatten da ja auch Projekte zusammen, zum Beispiel Filmaufnahmen, und wo ich auch jetzt Ivo Sasek, auch seine Familie einfach so ganz nah auch erleben durfte. und ich einfach was erlebt habe, wo ich immer spürte, dass es war, das ist echt. Ich habe jetzt Ivo Sasek immer als fürsorglich, als erväterlich erlebt. Ich habe einen Gott erlebt, mal in meinem Herzen, der einfach liebend ist, der gebend ist, aber auch der zurechtbringt. Das fand ich auch was Besonderes, nicht nur dieses Liebevolle, sage ich mal, sondern auch jemand, der mich auf etwas hinweist, der mich zurechtbringt, dass ich in meinem Herzen Dinge verändern kann oder wieder dieses Negative wegwerfen kann, sage ich mal. Auch Dinge zu üben, einfach sie umzusprechen und das irgendwo im Miteinander zu erleben, was das auch bewirkt, wenn ich das übe, auch jetzt Dinge umzusprechen, dann einfach mal zu entdecken, was für ein Bild eigentlich Jesus von mir hat und nicht das, was ich eigentlich durch mein Leben oder durch all das Schlimme, was ich erlebt habe, hat sich ja auch ein Bild festgesetzt, sage ich mal und das durfte dort neu werden. Das ist toll, also man spürt dir das auch ab, dass das so ist, dass du einen Schlüssel in dir hast, das kommt hier sehr deutlich rüber. Wenn du jetzt anderen Opfern was mitgeben könntest auf den Weg, was wäre das? Also ich möchte einfach wirklich gerne mitgeben, merke ich, dass ich es einen besonderen, einen sehr schönen Weg empfinde, wo ich eigentlich jeden dazu auch einladen möchte, weil der mich selber so begeistert, sage ich mal. Und ich spüre einfach so einen Weg, der in meinem eigenen Herzen anfängt und der aber raus in diese Welt geht. Und ich spüre einfach dadurch, dass ich selber so vieles erlebt habe, wo ich so ein Herzensverlangen habe, dass wir gemeinschaftlich, sage ich mal, eben dorthin kommen, dass nicht mehr das Böse gut ist und das Gute böse ist. Auch in einer Welt, wo ich merke, wo ja nur Ausbeutung irgendwie da ist. Und ich merke, das Schönste ist, ein Leben miteinander zu leben, wo man sich einander verschenkt, wo man sich einander gibt. Und das habe ich auch gemerkt, das hat mir sehr rausgeholfen, dieses, um mich selber zu drehen, mich zu verschenken, das Miteinander zu erleben, diese neue Welt wirklich miteinander zu erleben. Und das spüre ich, das wünsche ich wirklich jedem. Und wie kommt man dazu? Also wie kann man denn, sage ich mal, da mitmachen? Wie könnte man jetzt da auch sagen, ich komme mal zu so einem Projekt, ich will das auch erleben, was Damaris hier beschreibt? Ja, man kann sich einfach sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf jeden, sage ich mal, ihn bei uns willkommen zu heißen, das kennenlernen zu dürfen. Es gibt Verschiedenes, sage ich mal jetzt, auch in Kla.TV, wo ich ja auch am Mitwürgen bin, wo man einfach auch mit reinschnuppern kann, auch in den Projekten, um uns kennenzulernen. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und liebe Zuschauer, wir blenden noch im Anschluss hier einen Link ein, wo Sie sich sehr gerne melden können und dann mit Menschen wie Damaris in Kontakt kommen, um Organismus mal live zu erleben. Das sind viertausend neben dir fallen, du, du fällst nicht. Sie zählen die Schrecken, denn nach, dich begleiten, rufe ich, erschrecke dich nicht. Untertitelung. BR 2018